Ich bin Sabine Smentek und ich bin Jugendstadträtin im Bezirk Mitte von Berlin. Das heißt, ich unterstütze, dass junge Menschen ihren Lebensweg selbstbestimmt gehen können, egal aus welchem Familienhintergrund oder aus welcher sozialen Schicht sie kommen. Ich bin aufmerksam geworden auf das Projekt mit starker Stimme von einer Freundin und mir ist es sehr wichtig, dass auch über einen Dokumentarfilm vielen, vielen Menschen deutlich wird, wie schön es ist, in einem Chor zu singen, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, was sieben Jahre Kinderchor mit einem anrichten können. Und diese Erfahrung bringt es mit sich, dass man, oder das ist mir jedenfalls so gegangen, dass ich selbstbewusst heute Reden halten kann, dass ich vor Publikum keine Angst habe und dass ich auch ein anderes Körperbewusstsein entwickelt habe, weil man natürlich mit dem Chor auf einer Bühne steht und sich da ganz anders präsentiert als im Alltag. Von daher finde ich diese Erfahrung gerade für junge Mädchen toll. Sie lernen ganz viel und ich hoffe, dass es viele Menschen gibt wie mich, die dieses Projekt und auch den Chor auf seinem weiteren Weg unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.